Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life mit seiner Nahrungsauswertung des 16. Oktober 2019. Ich gehe heute noch mal schnell auf den nächsten Tag. Das war also der 15. Hat sich da irgendwas verändert? Da habe ich also roten Boden, 300 Gramm Reis. Ja, das stimmt ungefähr so wie das bleibt. Das bleibt. Ok, da habe ich nichts verändert. Dann machen wir weiter auf den heutigen Tag. Ok, heute also wie gewöhnlich. Heute Morgen also Quinoa. Ein Quinoa. Das ist der da. Da ist die Glamm. 110 Galoen. Dann haben wir die Kakao Beans. Dann nehmen wir die. Und dann nehmen wir da 8 Gramm wieder. Das sind ungefähr 4 Bohnen. Eine Bohnen mit 2 Gramm. Und dann kommt ja 60. Dann nehmen wir noch Kakao Pulver und Powder. Der ist eigentlich über 50 oder? Zweimal Kakao. Und dann nehmen wir da 1 Löffel Rüschi. 1 Teespoon 50 Gramm. Ja. Ok, dann haben wir 100 Kalorien an Landtuschen Kakao. Ein bisschen viel oder? Wenn man das auf eine Kakao Einheit reduzieren könnte. 1 Teespoon 50 Gramm. Ok, weiter. Weiter. Ähm. Weiter. Ähm. Weiter. Ähm. Weiter. Ähm. Weiter. Ähm. Das haben wir. Und dann haben wir die Teitelpaste. Das haben wir da. Da haben wir 40 Gramm. 45 Gramm. Und jetzt sind wir bei 40 Gramm. Jetzt kommt noch Wasser dazu. Der Butter. Da mache ich jetzt. Für den ganzen Tag. Für den ganzen Tag. Für den ganzen Tag. Da ist es heute. Ja. Gut. Dann das Müsli. Urana spare ich mir heute. Das sind ja nur die 3 Gramm. Die spare ich mir. ähm. Baleh. Bin einfach zu faul. Baleh. 30 Gramm. Dann ähm. Hafer. Auch keine Körner. Auch 30 Gramm. Und dann haben wir Buchpreisen. Ja. 20 Gramm. Gut. Und dann haben wir Flexit. Langsam. Den. Ja. Ich sollte das Rezept hier. Für das Müsli. Kompletieren. Und abspeichern. Da brauche ich das sieht dann nur. Da haben wir eins. Ja. Ist das so gut. Dann haben wir jetzt also. 7.755. Dann gibt es noch eine Banal. Zu näher. Ban-a-maa-maa-s. Da. wieder hundert. Wieder hundert. Wieder hundert. Und dann äh. Und dann äh. Und dann äh. bei der Baleh. Ja. Da sind bisschen viel. Bisschen viel viel. Ne. Da. Frisch. Ja. frech auch 100 Gramm dazugefügel. Jetzt sind wir bei 895 Gramm. Wieso haben wir heute so wenig? Was habe ich vergessen? Da gehen die Haftflöcken Jots. Jetzt mache ich die Story meiner Paltruber. Die von den Flöcken der Reisens. Ich möchte sie nehmen von gestern. Syltanin. Und dann muss ich mit der 6 Gramm. Jetzt sind wir knapp bei 1000 Kalorien. Für den Tag. Und was essen wir heute Abend? Keine Ahnung. Weiß ich immer noch nicht. Reis hatte ich gestern. Heute schon wieder Reis. Kartoffeln. Also im Zweifel. Wahl gibt es die Reis. Wahl gibt es die Zweifels. Also Reis. Das gibt immer noch. Im schnellsten. 100 Gramm. Dann machen wir heute 130. In stronger danage. Und das ist schade ganz gut. die Weify kann. Und dann machen wir Keppich, Keppich mit der Welt. Keppich mit der Welt. Keppich mit der Welt. 150 nehme ich mal an und ich schätze das might just be my dumb jetzt und dann machen wir ein paar karotten und jetzt sind sie auch 150 ok das sollten dann reichen oder vielleicht meine potato als soße dazu potatoes potatoes bolz bis ausgenja das sind dann so 80 gramm sag ich mal ok dann sind wir bei 1650 kalorien das ist ok das ist der bussander ok dann werden wir morgen heute wirklich wie sieht denn der portrote aus komplett energie 96 prozent vitamine sobald gut von natau mineralien ja einmal kalze mangel klar holkoholhydrate auch klar fette omega 3 ja gut protein protein auch gut ne öptophanse gut 105 für die stimmung ja ok das war es von hier das war es das war es und ich sehe mal schütz bis zum nächsten mal Vielen Dank.